Glück auf Schalke! In diesem Video geht es um die momentane Trainersituation und danach geht es darum, welche Trainer im Sommer hätten kommen können. All das in dem Video. Schreib deine Meinung zu allen Themen gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Zuallererst beginnen wir mit unserer momentanen Trainersituation und hier hört man nun, die Entscheidung geht in die finale Phase. Denn angeblich soll Ben Munger, und man hat jetzt mittlerweile Gerüchte gehört, dass es eventuell heute oder auch schon gestern war, wobei ich mir gestern nicht vorstellen kann, zu einem Gespräch zwischen Ben Munger und Aufsichtsrat kommen und dort soll dann eben in Abstimmung entschlossen werden, Okay, du hast unsere Unterstützung für genau diesen Trainer. Dass das Ganze passiert, ist sehr wahrscheinlich, denn wie gesagt, man hat vollstes Vertrauen in Ben Munger und in seine Kandidatenauswahl. Des Weiteren hört man, es gab eben jetzt noch zwei Kandidaten, mit denen sich Ben Munger auch getroffen hat. Man möchte allerdings erst nach dem Hertha-Spiel offiziell verkünden, wer der neue Trainer wird. Entweder Sonntag, Montag gehe ich persönlich davon aus, weil je länger der eben mit der Mannschaft Zeit hat, desto besser. Eine Sache, die ich durchaus spannend finde, ist, nun gab es neue Informationen der WAZ und die berichten, dass der S04 niemals Interesse hatte an Claudio Katschakapa und an Sergen Jalzin. Und das, obwohl der im Interview gesagt hat, dass der S04 ihm ein Angebot gemacht hat. Und jetzt bin ich total neugierig eigentlich, ehrlicherweise, wer lügt jetzt? Hat die WAZ hier recht und es gab nie ein Angebot an den Trainer und er hat sich das Ganze vielleicht ja auch nur aus Verhandlungspositionen ausgedacht? Oder liegt hier die WAZ falsch und Sergen Jalzin hat das Ganze wirklich erhalten und hatte wirklich ein Angebot, weil, ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es dann auch irgendwie zumindest ein schlechter Stil von ihm, wenn er ganz klar sagt, so, ja, ich habe ein Angebot gehabt, aber habe es abgelehnt. Nun gut, man hört hier auf jeden Fall durch die WAZ, im Entscheidungsprozess für den neuen Trainer gibt es nur sehr wenige Leute, die überhaupt integriert sind in die Entscheidungsfindung und das merkt man ja ehrlicherweise auch, denn natürlich, du hast in aller Regelmäßigkeit irgendwelche neuen Namen, die du als Gerücht hörst, aber du hast nie so wirklich was richtig Handfestes gehabt. Ja, du hast einen Raul gehabt, einen Fernando Torres, da mal dahingestellt, wie ernsthaft das wirklich war, aber da kommt ja nichts. Sowohl von WAZ als auch von Sky, Dirk Roseschlamann, sind das immer nur hinterher so, ach übrigens, der kommt nicht, mehr nicht. Irgendwelche Gerüchte gibt es nicht. Gute Sache für mich meiner Meinung nach, denn das hatten wir auch schon ganz anders. Dass Ben Manga im Sommer gerne bereits einen anderen Trainer gehabt hätte, das wissen wir. Karaj Gerz ist nicht sein Trainer, war nicht sein Trainer und wird es wahrscheinlich auch niemals sein und dementsprechend wollte er eigentlich schon im Sommer einen neuen Trainer haben. Man ging ja auch intern anscheinend davon aus, dass Karaj Gerz sehr wahrscheinlich den Verein verlassen wird, eben zum Beispiel zum FC Brügge oder zu einer anderen Mannschaft. Es ist anders gekommen, Ben Manga hatte aber bereits andere Trainer in petto und wir wussten, dass es zwei Leute geben sollte, die eben auf seiner Liste standen und die damals auch verfügbar waren, die heute aber einen anderen Verein haben. Nun hat die WAZ scheinbar herausgefunden, wer das ist. Macht euch ein eigenes Bild. Der Name, der erste ist Alexander Blessin, jetzt St. Pauli Trainer und der andere ist Thorsten Fink, der ist jetzt KRC Gang Trainer. Und ich glaube, insbesondere bei Thorsten Fink sind wahrscheinlich sehr viele sehr strittig, wie gut ist der jetzt wirklich, ganz ehrlich, meiner persönlichen Meinung nach, hätte ich durchaus gefeiert. Thorsten Fink, ja, der hat eine durchaus spannende Vita, wenn wir mal ehrlich sind. Also der war, wie gesagt, in Belgien unterwegs, natürlich, der war bei Al Nasser, ja, der war auch in Visikobe, in Japan, ja, der hat schon viel gemacht. Das ist aber jetzt kein super schlechter Trainer. Der ist schon durchaus Erfahrung, der hat schon durchaus einiges mitgemacht. Ich meine, ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein. Nein, er hat schon irgendwie einen ganz eigenen Stil. Dementsprechend hätte ich durchaus spannend gefunden. Blessin, der kam natürlich von Union Saint-Gilois, hat halt so ein bisschen was von einem Karagerz tatsächlich gehabt. Ist nur halt eben deutscher, deutsche Sprache und so weiter. Aber da muss man sagen, das wäre auch spannend gewesen. Ich muss da sagen, da kann ich nicht so super viel einschätzen. Bin sehr gespannt, was der bei St. Pauli noch machen wird. Aber das wohl die beiden Namen, die bei Ben Munger fest im Sattel waren, beziehungsweise fest auf dem Zettel waren, die als erste Kandidaten für eine neue Besetzung nach einem Abgang von Karagerz gestanden hätten. Wen hättest du mehr gefeiert? Oder hättest du überhaupt einen davon gefeiert? Schreib deine Meinung gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Video.